hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft forever stranded wir haben heute noch ein bisschen was mit ressourcen am hut das werden wir jetzt uns nach und nach zusammen basteln und da fangen wir mal ganz einfach an und zwar fangen wir hier an im alois melter wir sagen alois only und werfen neun eisen und drei nickel rein und bekommen jetzt raus in war sehr schön habe ich zuviel eisen genommen ich habe zuviel eisen genommen egal dann haben wir zuviel eisen genommen das war 2 zu 1 okay gut dann haben wir das in war und dann müssen wir uns noch zwei spezial blöcke herstellen das ist nämlich gar nicht ups tschuldigung hier voll das chaos wieder produzieren ja wir müssen uns noch zwei spezial blöcke produzieren mal schauen haben wir das irgendwo hier um nein haben wir nicht da unten haben wir doch irgendwo da haben wir einen genau wie machen wir das machen wir so dann werden wir das dann mal hier rausnehmen und packen das mal gut so dann brauchen wir ein bisschen lava haben wir da ja im tank da hinten einmal lava das packen wir da rein und dann nehmen wir einmal redstone und dann machen wir das gleiche noch mal nehmen hier wieder lava packen das wieder da rein und nehmen einmal glowstone und haben endstone sehr schön dann haben wir das schon mal das in haben wir 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 auch da sehr gut gut dann haben wir noch so ziemlich alles da was man basteln wenn wir dann gleich sehen wir fangen mal langsam an und zwar haben wir noch einen spezielleren block den wir basteln müssen dafür müssen wir uns dafür müssen wir uns jetzt erstmal einen fluid transposer basteln und zwar brauchen wir davon zwei stück dann brauchen wir davon hofft ihr mich nicht erzählt nein bisher nicht dann brauchen wir noch einen bucket genau und dann brauchen wir noch das machine frame dazu brauchen wir uns noch ein team hier gut und dann brauchen wir nach das eisen hat doch gestimmt minu 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 so noch drei eisen gut jetzt sollte man es aber haben gut das und das ergibt das jawohl und das alles zusammen ergibt eine fluid transposer basic jawohl den brauchen wir irgendwie ich habe noch einen fehler gemacht machen wir gleich komm lass mich da raus komm ich weiß draußen ist warm ja alles klar holen wir uns dann doch nochmal gleich das wasser hier so das sollte aber dann eigentlich schon passen so dann schließen wir das mal da hinten an nehmen wir mal den strom weg von ja da brauchen wir momentan kein strom so komm 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 weg gut den fluid transposer packen wir uns mal da hin dann machen wir da gleich mal wieder strom dran so und dann einmal von hier nach hier jawoll du darfst strom haben jawoll so dann packen wir da einmal wasser rein ähm man empty so dann haben wir das da und dann müssen wir das wieder auf fill umstellen und legen einen cobblestone rein und reicht das ja dauert nur seine zeit dauert dauert und dauert und dauert komm schneller ich brauche das teil jawoll ein mostone jetzt werdet ihr euch alle fragen Wofür braucht der gute Baker mit einem Mostone, ein Netherrack und das ganz andere Graffel? So dann packen wir das dann mal nach unten. Ein Inval-Ingot habe ich noch gerade noch zu viel glaube ich jetzt. Genau das packen wir mal in die Kiste rein. Und das da habe ich gerade auch zu viel eigentlich. So dann schnappen wir uns das Material von hier drin und gehen mal in dieses Buch hier rein. So wir wollen uns nämlich etwas bauen und zwar den Void-Resource-Miner. Ich gehe mal mit Absicht auf den Void-Ohr-Miner. Der Void-Ohr-Miner wird eigentlich auch gehen. Den hatte ich jetzt aber noch nicht vor. Gut wir machen erstmal den Void-Resource-Miner. Den Void-Ohr-Miner da kommt nämlich auch noch. Der Void-Resource-Miner benötigt nämlich den Endstone, den Mostone und das Netherrack. Und Blocks of Gold und Clear Lens und alles mögliche. Gut. Dann sind wir mal am Basteln. Ja, so. Also wir brauchen jetzt erstmal eine Clear Lens. Dazu brauchen wir eine Lens. Das ist wieder dieses Clear-Glas vom Rezept her. Enriched Sand. Das ist wieder Nether-Quarz und Sand. Wir brauchen wieder jede Menge von dem Zeugs. Kann ich mir vorstellen, ich habe hier wieder gesiebt wie ein Depp. Aber es macht nichts. So, dann haben wir die Clear Lens. Dann die Blocks habe ich schon soweit fertig gehabt. Genau. Dann brauchen wir noch eins, zwei, drei. Jawohl. Und dann brauchen wir noch den Laser-Core. Haben wir. Sehr schön. Und das sollte doch jetzt eigentlich alles... Jawohl. Void-Resource-Miner. Sehr schön. Tier 1. Mehr brauchen wir für das erste Mal nicht. Es ist okay. Ist okay. Kein Problem. So. Und jetzt steht noch ein Handbuch drin. Für den Void-Resource-Miner. Habe ich jetzt echt den Void-Resource-Miner? Ja. Habe ich richtig gemacht. Alles gut. Void-Resource-Miner. Für den Void-Resource-Miner Tier 1 brauchen wir 24 Structure-Block Tier 1 or above. Gut. Dann Structure-Block Tier 1. Den der hier. Genau. Das ist bitte diese Harden-Stone. Das ist Stone und Cobblestone. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt, aber egal. 24 Stück. Haben wir. Sehr gut. Und dann brauchen wir für den Void-Resource-Miner noch 20 Maschinen-Bases. 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 Wir nehmen natürlich wieder die Harden-Stone-Maschinen-Bases. So. 20 Stück. Dazu brauchen wir Iron-Bars, Red-Stone und wiederum Harden-Stone. Und Gold-Nuggets. Ja. Okay. Geht. Ist noch ressourcenlastig. Gebe ich zu. Aber lohnt sich. So. Und dann haben wir für den Void-Resource-Miner als letztes noch zwei Laser-Kurs. Moment. 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 Wobei. Kann mich gerade nicht ankacken. Ist mir wurscht. Pfeift drauf. Ich habe die Türen zugemacht. Alle. Da ist zu. Da ist zu. Ja. Alles zu. Gut. Dann machen wir das hier weiter. So. Laser-Kurs. Laser-Kurs. Davon haben wir zwei gebraucht. Volt-Resource-Miner. Noch mal gucken. Zwei Laser-Kurs. Genau. Zwei Stück. Kommen genau zwei raus. Und dann brauchten wir noch für den Volt-Resource-Miner eine Clear-Lens. Wir wollen nämlich alle möglichen Materialien haben. Clear-Lens. Genau. Dann müssen wir noch mal eine von denen basteln. Und dann müsste man das hier basteln können. Jawohl. Wunderbar. Haben wir alles zusammen. Drei Eisenbahnen sind übrig geblieben. Okay. So. Das haben wir alles. Jetzt muss ich mir noch das Plätzchen gleich raussuchen. Und muss hier noch mal mein Zauberstäbelchen suchen. Zum Zusammenbasteln. Muss ja eigentlich theoretisch. Da ist er. So. Und dann schauen wir noch mal in den Bauplan quasi rein. Void-Resource-Miner. Der ist sieben mal vier mal sieben. Gut. Ja. Sieben mal vier mal sieben. So. Dann drücken wir mal die F9-Taste. Nochmal die F9-Taste. Ich möchte nämlich im Sieben. Moment. Nochmal ganz kurz. Mal gucken. Halt. Falsch. Sieben. Vier. Sieben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. So wenig knapp. Nein. Wir haben genügend Platz. Was machen wir hier? Das machen wir hier. Ich habe aber keinen Cobblestone mehr zum Basteln. Habe ich hier noch irgendwo. Da haben wir noch Cobblestone. Sehr gut. Außerdem werden wir schon mal hier sind. Wir haben noch zwei Iron Meshes hier. Was sieht es denn da aus? Du hast keinen Mesh mehr. Und du hast keinen Mesh mehr. Und du hast auch keinen Mesh mehr. Wir werden gleich nochmal einen schnellen Mesh bauen. Also wir haben noch eins rumliegen. Nö. Haben wir denn noch Iron Bars rumliegen? Weil ich habe ja gerade viele davon verbaut. Ich habe noch eine Death Note. Okay. Das Zeugs wird dann auch alles wieder ingelagern. Nö. Wollen wir mal nicht da. So. Stil. Packen wir mal in die Barrenkiste rein. Und das ist alles. Wie ihr übrigens seht. Ich habe hier aus den Kisten Iron Chests gemacht. Weil die sind doch fast ein bisschen schneller voll geworden. Wie ich gedacht habe. Was ja positiv ist. Ist ja klar. Ich bin da etwas vorsichtiger gewesen. So. Dann basteln wir uns hier ein paar von denen. Und aus denen basteln wir uns die. Und dann packen wir da vorne noch das eine Mesh gleich rein. Und dann läuft das wieder. Jawohl. Wir sind gleich wieder da rein. Erleicht. So. Wir waren stehen geblieben. Sieben mal vier mal sieben. Schauen wir mal. Gibt es hier eine Mitte in den Raum. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Leider gerade. Machen wir einen Abstand. Mitten rein. Ich frage mich echt, Leute. Das da hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Das ist. Das ist okay. Da kann man. Da kann man hier. So. Und dann vier hoch haben wir gesagt. Eins. Zwei. Drei. Ich komme nochmal hoch. Okay. Ganz viele Striche. So. Bisschen drüber gehen. Und dann. So. Und dann basteln wir uns hier nochmal einen hin. Und dann nehmen wir uns den Void Resource Miner. Und stellen den Daumen drauf. Schwupp. Leuchtet. Achtung. Au. Nein. Natürlich nicht au. So. So. Und dann nehmen wir uns das Zauberstädelchen hier. Den Assembler. Und dann klicken wir hier ein bisschen durch. Das ist eigentlich eins zu hoch. Eigentlich eins zu hoch. Ja. Das ist eins zu hoch. Das gefällt mir so nicht. Dauert jetzt einen Moment. Basteln wir mal weg. So. Du gehst nicht kaputt. Wo wir abbauen. Nein. Sehr brav. So. Dann packen wir das mal hier hin. Und da unten hin. Genau. Haben wir. Okay. Wieder den Assembler nehmen. Rechts klicken. Rechts klicken. Rechts klicken. Wir sehen die Steine kommen. Stehe ich irgendwo im Weg. Ah. Entry Level Infinite Resources. Sehr gut. So. Dann gehen wir dem Ganzen noch ein bisschen Strom. Am besten eigentlich von dem hier. Hätte ich gesagt. Weiß nicht. Nur nicht ob wir das machen können. Aber wir probieren es einfach mal. Koffer hier hin. Das dann nach oben bitte. Dann nehmen wir uns einen LV Wire Connector. Und einen LV Wire. Mal gucken ob das von der Länge her reicht. Bin gespannt ob das reicht. You can't attach this wire here. Gut. Machen wir es hier hin. Ist ja egal. So. Und dann kriegt das Teil hier auch schon Strom. Aber funktionieren wird es noch nicht. Warum wird es noch nicht funktionieren? Ganz klar. Wenn wir den Void Resource Manor uns genau angucken. Steht hier. The bottom laser core must be able to see bad rock. Any block below laser core must let light through. Okay. Das heißt. Ich werde mich jetzt hier mal ganz kurz durchgraben müssen. So. Mal hier. Und dann die Schaufel auf die 2. Und dann machen wir den hier noch weg. Genau. So. Machen wir es immer hier richtig. Hier ist es immer richtig. Da müssen wir runter. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr langweilig wenn ich jetzt hier runtergrabe. Ich hätte gesagt. Ich werde mal runtergraben und werde ein bisschen beleuchten. Und dann melde ich mich gleich wieder. Also bis gleich. So. Da sind wir wieder. Hier haben wir Bad Rock und hier haben wir den Weg nach oben. Ich habe natürlich nicht vergessen leid damit zu nehmen. Und da sehen wir schon. Jetzt scheint der. Ne. Ging ja gerade noch. Lässt mich nicht nach oben. Gut. Dann machen wir die Fackeln halt wieder weg. So. Laser scheint zu funktionieren. Da habe ich eine Leiter vergessen. Nö. Nicht. Okay. Dann nicht. Ist auch egal. So. Immer schön weiter hier im Kontext. Ist doch nicht so schlimm wenn da mal ein Leiterstück fehlt. Hauptsache wir kommen wieder hoch. Ich brauche hier nicht. Dann machen wir am besten da hinten. Machen wir trotzdem eine Beleuchtung wieder hin. So. Da hin. So. Laser läuft. Jetzt müssen wir bloß noch die Materialien rauskriegen. Jetzt müssen wir hier. Tschöger. Tschöger. Schauen wir mal. Haben wir noch eine Transfer Note und ein paar Pipes? Haben wir. Sehr gut. Transfer Note und ein paar Pipes und dann holen wir uns noch mal eine Kiste. Haben wir denn eine die halbwegs leer ist? Ich glaube die ist doch halbwegs leer oder? Ja. Kommt die drei Teile da, die nehmen wir mal raus. Jawohl. Und das packen wir jetzt einfach mal das hier hin. Das hier hin. Und daran packen wir jetzt mal die Kiste. So. Und dann hoffen wir mal, dass das auch funktioniert. Ah, da kommt schon. Soulcent und Hardenclay. Das ist genau das, was ich suche. Sehr schön. Weil Hardenclay brauchen wir nämlich für die ganzen Wire-Konnektoren. Da brauchen wir eine Menge davon. Da kannst du mal richtig ordentlich abarbeiten. Aber wir müssen uns auch hier noch ein bisschen Gedanken machen um die Stromversorgung. Weil das sieht, das ist auch okay, sag ich mal. Aber wir sind hier schon über der Belastungsgrenze von diesem LV-Wire. Zumindest von dem Anschluss da. Ne, von dem da hier. Da sind wir schon drüber. Ja, da müssen wir ein bisschen was tun. Energieversorgungsmäßig sieht es gut aus. Aber die Maschinen laufen nicht immer hundertprozentig sauber. Weil sie manchmal nicht genügend Saft haben. Weil er mit dem LV-Kabel nicht ganz hundertprozentig hinterherkommt. So, und jetzt schauen wir mal, wie viel da ist. Das ist Tintor Gravel. Tintor Gravel. Das waren... Waren das sechs? Naja, okay. Auf jeden Fall die Menge. Und hier hinten kommt immer noch genügend Material an. Sehr gut. So, wie sieht es denn aus? Hier. Jo, sieht doch gut aus. Dirt, Alabaster, Red Sand, Grassblock, Nitherec, Brownharnclay. Wofür kann man denn den verwenden? Brownharnclay tiles. Da kann man wieder Harnclay machen, wenn man Wasser drüber schüttet. Okay, 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 okay. Kriegen wir irgendwie schon in den Griff. Jo. So, und jetzt schauen wir mal, wie oft wir was Neues kriegen. Nein, stimmt, quietscht gerade ein bisschen. So, der Void Resource meiner Tier 1. Alle 200 Ticks. Kommt einen Block raus. Wir brauchen alle 200 Ticks. 4.096 RF. Das ist also nicht allzu viel. Wenn wir das zurückrechnen, sind das 248... Ungefähr 20 RF pro Tick. Ungefähr? Habe ich mich verrechnet? Ich glaube nicht. Ne, das müssen also ungefähr 20 RF pro Tick sein, die wir da brauchen. Nicht der Rede wert, hätte ich gesagt. Da könnte man sogar ein Solarpanel obendran hängen. Und es würde auch noch funktionieren. So. Also, das ist ganz günstig. Was haben wir? Green Slime Grass. Und Sand. Super. Sand, Sandstone, Sand. Okay. So, das kriegen wir alles raus. Was wir aber gleich noch machen, weil wir schon mal dabei sind. Wir gucken nochmal in den Mod Iron Chest, weil wir werden diese Kiste gleich mal upgraden. Von Wooden to Iron. Das heißt, wir brauchen einmal Holz und achtmal Eisen. Die graden wir gleich mal ab. Acht Eisen. Einmal Wood können wir uns, glaube ich, zusammenpassen. Das sind zwei Slabs, die ich da noch einstecken habe. Jawohl, geht. So, dann machen wir das erste Upgrade hier. Sehr schön. Hier ein Upgrade. So, schon mehr Platz in der Kiste. Andesite braucht kein Mensch. So, und das könnten wir eigentlich noch von Iron to Gold. Ja, das könnte man, glaube ich, noch machen. Das könnte man noch machen. Acht und eins. So, das basteln wir uns auch gleich noch. Dann haben wir gleich mal eine Goldkiste dran hängen. Oh, goldige Geschichte. So. Und dann können die beiden auch erstmal hier wieder laufen. So, und da haben wir jetzt erstmal Platz drin. Das lassen wir mal im Inventar. Cobblestone kommt auch raus. Und da kriegen wir jetzt auch Mostone. Super. Die dritte Maschine, die hier wahrscheinlich noch in der Reihe stehen wird, ist der Void Ore Miner. Den werden wir uns dann hier auch noch hinbasteln. Schauen wir noch mal ganz kurz nach dem Void Ore Miner. Wie der so rezeptmäßig ist. Gold, Gold, Quarz, Eisen. Der ist ja in Anführungsstrichen billig. Entschuldigung. Ja, geht. Aber er ist hier auch teurer. Und zwar kostet er 320.000 RF pro Duration bei 400 Ticks. Da sind umgerechnet 320 durch 4 sind 40 RF pro Tick. Habe ich da? Nein. 400 RF pro Tick. Das ist schon eine Menge Holz. 400 RF pro Tick. Da müssen wir uns schon nochmal überlegen, ob wir das wirklich machen wollen. Weil unser Solar Array. Wir haben zwar jetzt mittlerweile... Wir haben hier zwei doch aufgebaut. Oder haben wir hier eins aufgebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Was hat man denn aufgebaut? Eins oder zwei? Eins. Okay. Zwei haben wir nicht aufgebaut. Oder machen wir eigentlich keinen Zweier aufgebaut? Weil wir zu wenig Ressourcen hatten. Und weil Tier 2... Lapis, Diamanten und zweimal Solar Panel Tier 1... Ja, okay. Das war ein bisschen das Problem, glaube ich. Ja, okay. Gut. Können wir immer noch machen. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Strom in der Bude. Das sieht ja ganz gut aus. Schauen wir mal ganz kurz in die Kiste. In die Kiste. Da kriegen wir jetzt noch Deary, Potzel, Clay. Sehr schön. Und Obsidian und Slime und alles mögliche an Graffel und Netheric. Da brauchen wir uns jetzt um einige Sachen nicht mehr drum zu kümmern. Das ist sehr schön. Clay scheint noch ein bisschen zu wenig zu sein. Aber wir können ja auch aus den... Also Harden-Clay. Ja, aber dann haben wir schon zwei. Geht ja noch voran. Ja. Okay. Also das sieht gar nicht schlecht aus. Da können wir was damit anfangen. Aber hier geht es gerade runter. Ja, klar. Wir haben Nacht. 500 RF. Oder 500.000 RF. Schauen wir mal, ob wir ins Bett gehen können. Könnten wir Glück haben. Dann steht das Bett. Jawohl, geht. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht mit der Stromproduktion. Also es ist ja kein großes Thema. Wir können ihn ja noch upgraden. Also das ist nicht das Problem. Wir haben uns auf jeden Fall wunderbarerweise... Das da. Das passt. Oben die Lücke können wir auch wieder füllen. Wie sieht es denn aktuell aus? Ja, wir füllen uns aus. Also wir haben noch ein Plus von 350 bis 400 ungefähr. Ja, also über 300 RF haben wir noch Plus. Könnten uns die andere Maschine noch leisten. Aber dann wird er auch schon finito sein. Aber dann haben wir eigentlich alles, was meine Ressourcen braucht. Meiner Ansicht nach. Hm, Purple Slime auch noch. Sehr gut. Braucht zwar kein Mensch, aber ist egal. Harden Clay können wir noch mehr brauchen. Clay können wir auf jeden Fall noch mehr brauchen. Jo. Dann müssen wir uns noch hier diese Siebe noch befüllen. Das kriegen wir auch noch irgendwie. Also die Siebe hier bestücken, weil das ist ja Blödsinn so. Aber da werden wir uns noch ein bisschen NRAO-Kabel wahrscheinlich besorgen, um die dann da drunter zu legen und dann hier irgendwie zu befüllen. Und die hier werden wir mit Transfer-Nodes dann leeren. Genau. Und dann müssen wir uns auch noch um Storage kümmern. Ja, ist so. Momentan geht alles noch, ne? Aluminium. Das war noch Aluminium. Konnte man doch mit den HV. 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 HV-Wire-Connector. Aluminium. Oder Aluminium. Je nachdem, welche Sprache man spricht. So. Und die hier. HV-Wire-Relays sind Insulating Glass. Glas. Eisen. Cactus Green. Da haben wir ja richtig Schwierigkeiten damit. Und die HV-Wire-Coils bestanden aus Alu und Stahl. Äh, da war das Thema. Stahl-Wires. Okay. So. Einen Ausblick wollte ich noch geben. Und zwar da draußen die Farm funktioniert halbwegs. Halbwegs hätte ich gesagt. Ja. Aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Denn der pflanzt hier immer wieder an, baut ab, pflanzt an, baut ab. Und das nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Und auch hier mit den Bäumen haben wir ein bisschen ein Problem. Haben wir noch eine. Naja. Die wird gleich kaputt sein, wenn ich das mache. Aber wir machen es trotzdem. Geht nicht. Und dann geht es nicht. Naja. Gut. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen den Baum füllen. Dauert halt ein bisschen, aber ist egal. Und dann werden wir mal schauen, dass wir da noch ein Stückchen weiterkommen. Matter und so weiter. Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen was basteln. Aber wir werden hier auf jeden Fall mit der Farm noch was machen. Und zwar werden wir eine andere Farm machen. Die ist relativ neu in das Päckchen zugekommen. Durch das letzte oder vorletzte Update. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall in der 3.9. Hieß die was? 1.9. 3.9. Keine Ahnung. Lass mich mal ganz kurz gucken. Welche Version haben wir denn gerade hier? In der Version Forever Stranded 1.9 ist sie auf jeden Fall drin. Deswegen kann ich so euch auch problemlos zeigen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir hoffentlich beim nächsten Mal. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ein Like. Ein Plus 1. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben. Die lese ich gerne. Beantworte ich gerne. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. 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 Vielen Dank.